Moin Leute, willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, diesmal nicht in GTA 5 Online, denn für mich geht es jetzt in den Urlaub nach Kroatien, um genau zu sein nach Novaya. Das Ganze ist im Prinzip eine Woche lang Partyurlaub und ihr habt euch gewünscht, dass ihr euch dabei mitnimmt, das heißt es ist hier so eine Art Vlog, das ist sehr selten auf dem Kanal, gab es erst zweimal innerhalb von eineinhalb Jahren, aber was soll's Freunde, die Reise wird zu 100% extrem wild, somit auch das Video, also bleibt gerne bis zum Schluss dran, lasst ein Like da und ich würde sagen, wir können eigentlich direkt losgehen, wir fliegen jetzt nach Kroatien, gehen jetzt erstmal zum Flughafen nach Baden-Baden, let's go. Was ist das unser Flugzeug oder das? So Freunde, wir sind angekommen, waren jetzt schon einkaufen, essen, dies, das, das ist der View von uns, kannst du noch kurz da unten filmen, Ausblick ist hier zunkel, aber da vorne ist übrigens das Meer, ist wunderschön, hier ist doch so ein schöner Tisch, wo man sitzen kann und wir gehen jetzt im Club und da muss ich sagen, sehen wir uns im Club vor. Da drüben ist übrigens überall Apartments, genauso hier, ihr könnt sehen, da sind immer Leute, die hier einfach rumhocken, chillen, was für sich machen, ist schon gut hier, Wetter 35 Grad. So Freunde, wir haben jetzt Tag 2, es ist morgens um 11 oder 12, keine Ahnung, wir gehen jetzt aus Frühstücken, es war auf jeden Fall spät gestern, ich drehe mal die Kamera, der View ist auf jeden Fall nicht schlecht hier, vorne ist es leer, ey, was gibt es jetzt zum Essen, was gibt es zum Essen? Boah Digga, ich denke eine Pizza, ne? Eine Pizza? Ich kann mir nicht irgendjemand von euch sagen, was das hier für Geräusche sind, was sind das bitte für Tiere, egal wo man hier rumläuft, überall ist dieses Geschrei, aber schöner Ausblick, sehr, sehr schöner Ausblick, schöne Yacht, wenn du die Yacht hast, hast du das Leben durchgespielt. Wir haben uns jetzt so ein Boot gemietet, hier, rein, rein, da, rein, da, rein. Langerieb. Jetzt rutsch. Wie sollt ihr reinrutschen? Ja, ja, rutsch. Ja, warte, das Boot wankt ja gerade. Insgesamt sind wir zu 6 hier, also noch 5 weitere Kollegen von mir und wir sind sozusagen auch mit einer Art Reiseveranstalter hier und zwar mit Funreisen, weil die haben sich um alles gekümmert, was eben diesen Urlaub oder die Partyreise betrifft, also An- und Abreise, aber auch um das Programm für euch. Das Gute ist, es ist kein betreutes Reisen, also es gibt keinen, der dich dort irgendwie kontrolliert oder sonst irgendwas macht, du kannst dich komplett frei bewegen, kannst machen, was du willst, wie lange du willst, kannst feiern, wie du willst, aber das Gute ist, falls irgendwas passiert, falls du Hilfe brauchst oder irgendwie einen Ausflug machen willst, dann ist 24-7 jemand von Fahnenreisen dort eben vor Ort, der dir helfen kann. Fahnenreisen ist auf jeden Fall verlinkt in der Beschreibung, erster Link, wenn du willst, gerne mal abchecken oder halt, wenn du Bock auf so einen Urlaub hast, dann schau doch einfach auf deren Internetseite vorbei. Wir danken dir, dass du gekocht hast. Mein Sack brennt auch gern durch. Ligger, was ist mit dir? Trink aus deinem Topf. Er hat sich leider gestern im Club verletzt, gefühlt den Fuß angebrochen und jetzt geht er wahrscheinlich ins Krankenhaus, wo sind die anderen eigentlich? Ah, hier, am Geldwechsel und Joe hat aber am Fuß nicht gut. Luca, mal eine ehrliche Aussage von 1 bis 10, wie schön ist es hier? Ist ja nicht schlecht, also hier ist schon so reich ein Viertel, ist nice. Ja? Ist nice, ja. Es ist. Du müsstest eigentlich stimmen, wenn die ganzen Lambos hier rumfahren. Ja, ich hab schon einen Lambo-Vlog. Lambo kam schon, vielleicht film ich nochmal einen Lambo. Wir haben uns gerade so Roller gemietet hier. Wir suchen gerade noch ein paar, aber wir sind sechs Leute, haben aber nur drei leider. Und jetzt fahren wir damit an den Strandrehen. Zum allerersten Mal auf so einem Teil hier. Ist es schwer? Ja, ich bin ja schon ein paar Mal gefahren. Ja, der weiß schon, wie es geht. Aber den hier kannst du fragen. Zum ersten Mal. Aber bockt. Bockt er auf jeden Fall. Wir gehen jetzt nach da vorne zu so einem Boxautomaten. Mal gucken, was dabei rauskommt. Hau! Ihn! Kaputt! Ich bin ja schlecht, als gestern. Nicht gut, Kids. Ich bin ja gar nicht. Du hast noch 11 oben gemacht. Oha! Chill, chill. Wir gehen jetzt auf eine Boots-Party, es ist verdammt warm Freunde, 40 Grad gefühlt, aber eine gute Sache war, Joe ist geheilt, er kam wieder laufen, ich muss hier rüber. Kroatischer Döner, ist gut, 1 bis 10, 1 bis 10, 9 von 10, was sagst du? Ebenfalls, und Jens sag 10 von 10. Wir haben mittlerweile Tag 5 und es gibt Pizza, lecker, Pizza. So, wir sehen uns, bis bald. So, wir sehen uns, bis bald.